Nein, tu das nicht! Ich muss trotzdem... Du hast wahrscheinlich immer noch mehr, du hast immer noch Evasive... Mundverdeck! Hier... Jetzt müsstest du das mal langsam mal... ...weghaben! Danke! 49 Gold! Standard würde ich mal suchen... Recover, Recover! Potion! 1, 2, 3... ...Ata! 1, 2, 3, 4... Was ist das? Toll, riesiger Gang... Nja! Was bringt mich das jetzt nach... Ja, das will ich nach in der Elf, da will ich nicht hin! Ich will nach in... ich will nach da! Komm dahin! Da! Nja! Die Schwombie da... Die werden... Die werden... Ach, lass mich doch mit Haaren in Ruhe... ...hust... Right? Da sind wir in der Elf... ... und dann nicht... ...well... ...und dann ist das... ...und dann mal eine Elf, du hast... ...und dann mal eine Elf, du hast einen Elf... ...und dann ist das... ...und dann noch... ...und dann... Nightwing, okay, Nightwing is it. Nightwing, oh surprise, surprise, du bist tot. 50 Gold, obwohl er weniger apairt. Wer weiß, was für Gemeinheiten der drauf hat. Hi, Blitch, Angriff, 27, okay, X40, ist auch nicht mehr als sonst. Oh, du kannst dich auch noch heilen. Ich will nur diesen Gang haben, damit ich ihn wieder rüber kann. 55, okay. Nein, ich will mich zurückfinden. Okay, daneben zurück. An die Sackgasse, glaub ich. Ich habe keine Ahnung. Hallo Medusa. Oh, 108er-Griff, das ist doch toll. Wenn ich nicht sofort gegen einen. Oh, 88er-Griff, du bist tot. Ah, die Heilung war auch nix gemacht, wahr. Ah! So, jetzt werde ich hier erstmal so eine Rüser-Feier-Melallion anlegen, weil die hat doch irgendwie Flame... Ups, dass wir überflüssig... ...flamen können. Da, falsch. Was ist das? Hmm. Sackgasse. Kritz sind meine Freunde. Oh ja, und wie sie das sind. Könnt ihr bitte mal aufhören, mir jedes Mal bei jedem verdammten Kampf dieses Artefakt abzunehmen. Danke. Was bist du? Razor Wildtrap! Warum auch nicht? This must be one of the great magical seals that protect the thought of ancients. Get taken mighty swing at the seal end. Oh mein Gott, Surprise ist ein blauer Drache! Oh, in dem Kampf gibt es kein Boden, hierfür geht es. Machen wir uns mal immer wahr. Bam! Offense Bell! Bam! Defense Bell! Mähm... Bam! Remedy! Oh, das bringt gar nichts, ne? Klasse. Okay, äh, dann bleibe ich halt so morgen. Ja, mach du mal, ist mega. Oh, ich sollte mich eventuell mal, äh, um Mana kümmern. Oder noch besser mich erstmal so heilen. Ich glaube, ich heil mich auch nur mit Potions. In diesem Kampf jetzt. Und Side-Tag. Hast du etwa kein Mana mehr? Ich wäre ja furchtbar. Verdammt, ich glaube, er hat noch welche jetzt. Tod. Und da haben wir nochmal das Gleiche wie vorhin schon. Und Gott, das war ein gefährliches Gaurian! In den roten Räumen des Seals liegt ein Stück von einer wunderschönen Sorte. Du siehst es schnell schnell und fühlst es... ...spulsatend mit magischen Kraft, die die Wälder nicht sehen. So, das ist klasse. Ich will aber trotzdem gerne erstmal diesen dämlichen Gang finden. Ah, da ist er! Oh mein Gott, da ist er doch! So, wie Magie resistent bist du denn? Ah, genauso resistent wie alle anderen. Dann wollen wir mal... ...victory be dying to name! Blum 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 blum! Yes, banished the magical barrier from within! So, und wo kann ich jetzt raus? Lasst mich raten! Na, richtig getippt! Level Up Oder Level Up Level 23 Jo Level 23 Würde ich damals behaupten Da würde ich mal sagen Schaue ich mir jetzt noch Ebene 11 komplett an Äh 11, äh 10 komplett an Bis ich diese Truhe gefunden habe Ich habe sie ja schon gesehen Also ich muss nur noch gucken Ob ich da hinkomme Und äh ja Mal schauen Scroll of Cure Äh Scroll Book meint natürlich Scroll Bescheuert Book of Cure Wie teuer ist das? Weiß ich Ähm Naja Dann noch Scroll of Äh Ruin Und Dann nur noch Ausrüstung Dann habe ich alles Dann brauche ich nur noch Items Jo Das ist doch klasse Da freuen wir uns alle richtig So Pack 2 Gucken wir uns noch Ebene 10 an Speichern Und äh Ja Dann Denk ich mal Baby Videos für heute auch wieder fertig Das dürfte auch wieder ungefähr eine Stunde sein Die 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 Aber nichts Okay Oh nein Deadly monster Surprise Trap Uaaaaaaaaaaah! Ich wollte mir noch Äther kaufen, fällt mir nach mal so. Na gut, ich hab noch einmal 60. 60 für 62. Oh, ich brauch auf jeden Fall eine neue Waffe. Ich mein, ich krieg natürlich schon fett Kohle hier drin, aber... ...nein App zwar einmal 60. Trotzdem. Oh, machst du keinen Schaden, weil ich das Feuermedalion anhabe? Oh, wie traubig. Sie ist natürlich jetzt wegen dem Speedfluss unglaublich schnell, sodass sie heilen kann. Wieso habe ich das nur erwartet? Gut, dann eben nochmal. Wie teuer ist denn die nächste Waffe? Das interessiert mich jetzt, glaube ich, 1400? Nein, 2022, 18, 22, aber dann kann ich ein Schild tragen. Bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt zweihändig sein soll. Ich kann mir nur mal testen. Speichere ich vor und teste das. Ja, wenn das nicht zweihändig sein soll, dann scheiß ich auf die 5 Angriff und hol mir noch ein Schild. Das ist so richtig. Na. Cool. Äh, okay. Dann, äh. Ja. Hau mir noch ein paar Gegner kaputt. Sie freut nur noch irgendwas, um mich vor Stein zu schützen, weil das ist einfach, das ist halt Instance-Kill. Sie sind über 120 HP, sie sind nur über 130, verdammt viel. Gucken, ob das Spiel jetzt noch mit neuen Gegnern antanzt. Oder ob das jetzt nur noch alte Bekannte sind. Und... Ach, lass mich abhauen. Oh, du frisst so viel Mana. MP, was auch immer, egal. Ich wusste es. Es gibt hier noch Schätze. Split plus, split plus. Das ist nur geringfügig. Fährlich. Okay. Das ist schon geringfügig. Fährlich. Remedy looted. Denk ich mal, wer gleich nur 24 werden und... Das wird zwar scheinlich so ziemlich gewesen sein, aber... Hey, the wire train. Ehh. Da hab ich jetzt kein Lust drauf. Spiel, warum tust du mir das an? Danke. Oh, es war eine Trader-Test. A Remedy! Oh, es war eine Trader-Test. 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 Oh, es war eine Trader-Test.